Radio Hamburg TV Ich bin ein Blum. Ich bin eine Blume, heißt das, auf Holländisch. Und ich werde jetzt meine Wette einlösen. Ich werde es schaffen, Maxima aus Holland und natürlich auch Willem Alexander, diese Blumen zu überreichen. Farblich sind wir gut abgestimmt. Ich bin froh, dass es nicht regnet. Die Sonne scheint, sonst würde ich hier eingehen wie eine Primel. Los geht's. Ich bin ein Blum. Maxima. Ich bin eine Blum. Irgendjemand vom Hof? Ich glaube, da, die halten direkt vor uns, wenn sie das denn sind. Es sieht gut aus, glaube ich. Ich glaube, da sind sie drin. Jetzt wird die Tür aufgemacht. Also dichter könnte ich nicht dran sein. Ich bin in der Absperrung. Es sind vielleicht zwei Meter zwischen uns, wenn sie denn hier jetzt aus der Tür rauskommt. Oh, da ist sie. In einem roten Kleid. Und eigentlich direkt vor mir. Hallo. Seine Majestät, soy una flor. Oh, muchas gracias. Ich bin... Ich bin fantastisch und auch. Ich bin Horst von Hadi Hamburg. Horstje. Okay. Von Hadi Hamburg. Welcome to Hamburg. Danke. Wie geht's? Hallo. Wie viel Käse kriegen Sie jetzt? John kriegt den Käse. Der hat davon gehört. Das war Willem Alexander, der gerade sagte, wie viel Käse kriegst du jetzt? John, er meinte dich. Also wie viel Käse musst du verteilen? Denn offensichtlich habe ich gerade meine Wette gewonnen. Bis zu haben. Bis zur Zeit. Es k blocked. Mitt Brun Moda gold. Dennis Bergmann. settings. Bis zum nächsten Mal. Dann northysessa. Wir sind Ing3- empreite. 먹을i im hacken Wochen. Für dich. Bürger name ist.